Any Commander detected? Jupp. All selected. Ja, so ist es gut. Er wird hier verwöhnt, ich habe schon so viele Leute bekommen. Den hier finde ich besser. So. Da. Und Vernichtung starten. Ein Planet. Ah, nee, ich wollte auch mit... Hier mit anfangen. Da wenn du durch bist, kannst du direkt Energie bauen. Der ist jetzt verdammt fix beim Bauen, der Commander. Durch das Upgrade, was ich gerade genommen habe. Verdammt fix. Der macht die drei mal eben fertig, bevor ich hier meinen ersten Roboter habe. Und einmal rundherum. Da kommen schon die nächsten zwei. Komm, mach den fertig. So ist schön. Hier geht man in die andere Richtung. Das sind die drei mal zu kommen. Ja? Das sind sie. Die drei mal zu kommen. Tschüss. Ah, früher oder später werden sie halt auf den Gegner stoßen. Deswegen brauche ich mich um die ja gar nicht mehr zu kümmern So, und jetzt brauche ich endlich mal ein paar Fabriken Fünf Stück, fünf Stück reicht Ich brauche mal ein kleines Radar hier Luftverteidigung, wobei ich habe noch kein Fahrzeug, wo ich es gerade sage Genau in dem Moment, wo ich es sage, kommt er auch schon Zufall? Ich denke nicht So, hier haben wir noch zwei Hier zwei Und mal hier den verbesserten Commander Das ist halt nur eine verbesserte Roboterfabrik, genau Ach scheiße, ich baue hier Roboterfabriken, ich will doch keine Roboterfabriken bauen Komm hier, abbrechen, ja Wie kann ich das abbrechen, wie kann ich das abreißen? Ah, nee Ich wollte euch Fahrzeugfabriken bauen Wieso mache ich denn so ein Scheiß? Kann ich das einfach mal sagen? Ah, hier Wieso mache ich denn so ein Scheiß? Okay, dann kann ich hier mal ein paar Ah, nein, die nicht Ein paar Roboter bauen Hier lasse ich den Roboterbauen Ja, passt schon Ist nicht so schlimm Kann schlimmer sein Ah, da kommen schon die ersten paar an Und ich bin noch nicht auf den Gegner gestoßen Oder vielleicht doch Na, ihr sollt erstmal nach da gehen Ihr sollt nach da gehen Und hier die Sachen einnehmen Ist doch nicht so schwer Dann könnt ihr wiederkommen Ah, der Commander ist gleich fertig Kann er mir jetzt ein bisschen beim Bau helfen Ah, da ist er schon Der Sausack Und macht da meine Metallextraktoren Metallbohrer kaputt Das ist nicht nett Das ist nicht nett Ich weiß ja nicht, dass man sowas nicht macht Hat denn seiner Bauer keine Manieren beigebracht Ich habe heute verloren Scheiße Ist egal Hier ist seine Basis, gut zu wissen So Alle Fabriken Alle Roboterfabriken Ah, noch da So So, ihr zwei Nehmt noch die ein Und Ich hätte gern ein bisschen Verteidigung da Nicht, dass er mich Umgeht Mir meine ganzen Erzoffenarien Teilblatt macht Oh, da kommt er von hinten Sausack Ist das aus Mein ich Deswegen baue ich gern Verteidigung Oh, da brauche ich auch nicht mehr viele von diesen Bauinheiten Und du könntest hier im Wasser Na, also macht er nix Hallo Wo soll es nach da gehen? Ach, er kann nicht ins Wasser rein Ach so Sag mir das auf einer Konnten die Roboter nicht alle unter Wasser? Dann anscheinend wohl nicht Ach, ich meinte, die konnten auch unter Wasser Oder wurde das irgendwann mal geändert Ist ja auch egal Moment, spiele ich eigentlich nur noch mit dem Gegner Ach, ich könnte schon nix Blatt machen Ach, komm, mach hier hoch Scheiß drauf Der hat zu leiden Das ist auch schon der Commander Der wird sich echt blatt gemacht Kam hier Alle auf den Commander Entschuldigung Haus, brauchst du dich nicht erschrecken Ich hab nur gehustet Und ich hab nur noch mal gelbter Und ich hab nur noch umgealbert Systeme erzeugt Systeme erzeugt Stehen auf dem Wasser Schönen T cuerne Untertitelung des ZDF, 2020